Jeder Idiot, der sich jetzt wieder das neue iPhone 15 kauft, dem kann man nicht mehr helfen. Und ich beweise es euch. Wir vergleichen jetzt einfach mal das iPhone 15 Pro Max mit dem iPhone 14 Pro Max und dann merkt ihr, dass das dasselbe Handy ist. Jedes Jahr das größte Argument, die Kamera. Ist gleich. Die ist einfach gleich. Nee, warte, da ist ein Unterschied. Du kannst Bilder machen in einer schlechteren Qualität. Du kannst jetzt in einer schlechteren Qualität Bilder machen. Ja, manchmal will ich halt auch, dass meine Bilder schlechtere Qualität haben. Diesen Luxus möchte ich mir gönnen. Wie jedes Jahr der neue Chip, der schneller und besser ist. Sei jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber. Merkst du es, wenn du kacken gehst und dein TikTok sich eine Millisekunde schneller öffnet? Merkst du selber, ne? Vielleicht ist ja der Display besser. Nee, der ist 1 zu 1 gleich. Achtung, der erste Unterschied. Titan anstatt Edelstahl, Bro. Und mattes Glas anstatt texturiertem Mattenglas. Riesenunterschied. Anstatt laut und leise hast du jetzt auch einen Action-Button. Ich weiß nicht mal, was Dynamic Island ist. Apple wahrscheinlich auch nicht. Aber was eine Überraschung. Es ist 1 zu 1 gleich. Jetzt haltet euch fest. Mal 5 Zoom. Mal 5. Den Zoom brauche ich wirklich sehr oft, wenn ich im Waldvögel fotografiere. Lotus.